Ja, Hallöchen, Erfolgstipp des Tages, raus in die freie Natur. Ich liebe es ganz einfach, ich liebe fließendes Gewässer, ich liebe traumhafte Landschaften hier, gerade die Saline. Absolut super cool, schön, ich liebe die Sonne, ich liebe blauen Himmel. Bewegung in der freien Natur, das tut so gut für die Seele. Seele baumeln lassen, neue Energie tanken für all das, was anliegt. Und ich freue mich sehr, 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 wenn du diesen Erfolgstipp hier teilst, dass möglichst viele, viele, viele Menschen sich dessen einfach bewusst werden, wie wichtig es ist, in die freie Natur zu gehen, frischen Sauerstoff einzuatmen. Auch wenn ich in der Stadt bin, in jeder Stadt gibt es auch irgendwo einen Stadtpark. Einfach immer wieder raus, natürlich ideal, wenn die Sonne scheint. Wenn sie auch nicht scheint, einfach raus, Bewegung, Bewegung, Bewegung. Das verändert ganz, ganz, ganz viel. Und so wünsche ich euch ganz, ganz viel Bewegung in der freien Natur. Einfach den Moment genießen im Hier und Jetzt. Denn das Leben dauert wahrlich nicht unendlich. Das Leben ist endlich, das heißt, irgendwann ist das Leben vorbei. Wie schön, wenn man dann sagen kann, wow, ich habe so viele schöne Magic Moments in der Natur erleben können. so wie jetzt die Sonne, die schön wärmt. Diese tollen Stimmungsbilder, das tut einfach nur sehr, sehr, sehr gut. In diesem Sinne, cooler Tag in der freien Natur. Enjoy your life. Danke fürs Teilen. Tschüss. Bye, bye. Bye. ien턴내. Vielen Dank.